Hey Freunde, kommen wir zu Baba Yaga Herausforderung Phase 5 von 5. Benutze einen Verband oder ein Medikit in der Kippwelt. Die Kippwelt ist natürlich dort auf der Karte, wo wir den orangenen Ort haben. Der wechselt jede Runde. Verbände oder Medikits können wir natürlich auf dem Boden finden oder wie in dem Fall hier aus einer Kiste. So, sammeln wir einfach ein, zack. Und damit bewegen wir uns jetzt einfach zur Kippwelt. In meinem Fall hier schnappe ich mir jetzt ein Auto und fahre da einfach hin, da das hier in der Nähe ist. Sobald wir hier angekommen sind, braucht ihr natürlich erstmal etwas Schaden. Dazu empfehle ich euch, baut euch einfach 5 hoch und springt darunter. Wenn ihr euch 6 hochbauen würdet und darunter springen würdet, wäret ihr tot. Und bei 4 passiert gar nichts. Ansonsten könnt ihr euch auch vom Würfelmonster irgendwie erwischen lassen oder vom Gegner anschießen lassen. Dann empfehle ich euch, lauft einfach hoch. Am besten so hoch wie es geht oder springt irgendwie auf dem Dach, wo euch die Würfelmonster nicht erwischen. In meinem Fall bin ich jetzt hier so hochgelaufen wie es ging. Zack, ich nehme jetzt hier einfach das Medkit. Und wie ihr seht ist die Herausforderung damit auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.